Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sport verbindet, das zeigt sich auch hier im Parlament, Herr Kollege Graf, Sport verbindet, das zeigt sich hier im Parlament, Herr Kollege Graf, wo sich Kolleginnen und Kollegen der verschiedensten Parteien auch zu einem Fußballteam zusammengeschlossen haben, um jedes Jahr aufs Neue bei einem Turnier der Parlamentarier gegen Parlamentarier aus anderen europäischen Ländern auch teilzunehmen und anzutreten. Und Fußball und Sport im Allgemeinen sind ja anschauliche Beispiele dafür, wie Menschen unterschiedlicher Herkunft, Hautfarbe und Religionen zusammengeführt werden können und damit auch ein Zeichen der Solidarität setzen. Auch die Präsenz von Spitzenpolitikern bei Großsportereignissen wie Olympischen Spielen, Welt- und Europameisterschaften, die zeigt ja auch, diese Präsenz, dass Sport eine politische Dimension auch hat. Aber eine besondere Herausforderung ist es, wenn Sport als verbindendes Element für politische Propaganda missbraucht wird. Und liebe Kolleginnen und Kollegen der FPÖ, Sie verkennen die Situation. Wir reden hier immer noch von einem völkerrechtswidrigen russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Und ukrainische Sportlerinnen und Sportler dürfen nicht in die prekäre Situation kommen, sich auf sportlicher Ebene mit russischen Athletinnen und Athleten messen zu müssen, die Angehörige des russischen Sicherheitsapparates sind. Wenn es aber keine Sanktionen gibt, so wie Sie das wollen, akzeptieren Sie, dass bei internationalen Bewerben ein Land, das von einem Kriegstreiber regiert und diktiert wird, auch mit Flagge und Hymne repräsentiert wird. Aber genau um das geht es. Genau das darf nicht passieren. Man darf Kriegstreibern keine Bühne auf der sportlichen Ebene geben, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und ich pflichte da meinem Kollegen Shetty bei, wenn Sie also hier hergehen und für einen Stopp der Sanktionen gegen Russland eintreten, dann brauchen Sie sich umgekehrt aber auch nicht zu wundern, dass Ihnen eine Nähe und eine Freundschaft zu Russland und zum russischen Regime auch unterstellt wird. Es ist also unvermeidlich, dass wir im Sinne einer strengen Auslegung den Empfehlungen des Internationalen Olympischen Komitees folgen und auch für Sanktionen auf sportlicher Ebene eintreten. Und es liegt auch in unserer Verantwortung, dass wir uns als Nationalrat klar gegen politische Propaganda in diesem gesellschaftlich so wichtigen und verbindenden Element positionieren, und den Sport als einen Ort der Gemeinschaft und des Friedens bewahren. Zum Abschluss möchte ich noch ein Wort in Richtung Regierungsparteien richten. Wir haben im letzten Ausschuss wieder einige sehr gute Anträge eingebracht. Und obwohl Sie unsere Anträge für mehr legale Mountainbikestrecken beispielsweise, sowie für mehr Schwimmkurse und eine bessere Schwimminfrastruktur für inhaltlich gut befunden haben, haben Sie diese wieder schubladisiert. Das ist aber nicht nur schade für die zahlreichen Mountainbiker, die sich auf den illegalen Forstwegen bewegen müssen, weil es hier noch immer keine Lösung gibt, sondern vor allem tragisch, wenn man bedenkt, dass 160.000 Kinder und Jugendliche in Österreich nicht schwimmen können. Maximilian Kölner von der SPÖ war das. Er ist Bürgermeister von Ilmits.